Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge AVA Ja, ich habe ja versprochen, dass ich jetzt, das war so gesagt, dass ich Battle Gear Beginnspiele und mich halt pro Folge steigere. Es gibt hier drei Stufen, einmal easy, normal und extrem und wir sind jetzt bei normal, joa, dann fangen wir auch direkt mal an und ich hoffe, ich schaffe das auch extrem, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde bei extrem mit der dritten Fettung abkacken, weil extrem ist einfach extrem Hahaha, ja, haha, joa, zack, jetzt wird es noch schwerer, super, habe es noch nie im normal alleine gespielt, vielleicht kann ich auch nach fünf Minuten ab oder so, weiß nicht, wird man sehen, bam, bam, ich hänge, so, wo kommen die süßen aus, eins, zwei oder drei jetzt oh 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 zack, 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 zack oh, nein 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 eh, ne wohnen das wird scheiße du kacke what the fuck haha habe ich mich erschrotten du scheiße na, dicker alles wird im schritt ja, aber mir auch oh 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 leck nur medipacks pfff, was soll ich damit ja, 7-4-0 und batz wa becker wohnen die du fach ich du wohnen die 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 das ist so scheiße jetzt kommt der erste boss gott oben nein zwei von den monoletten fischer ja sie ist eine süße seit ihr scheiße Warte Geil Herrlich Achso Oh ich brauch Muni, ich muss die anderen killen Warte Oh oh Hm Wo sind die Jawoll Oh jetzt kurz die kleinen Rassier Schiffer Rassier Schiffer Ah scheiße Sprachinkompetenz heute Oh ne Witz Oh Sollte putzig Ja Boah Nein 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 Ist der hässlich Was das Jawoll Runde 1 geschafft Äh mittel Normal Normalerweise wäre das Geil Ist eine schöne Pumpgun Der macht Oh Stämme Und trifft Mehrere Und Und Haha Ein kill Oh Schnell Schnell Jetzt fiescht das uns Hier Gib mir mal Munition Oh nein 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 Boah Mama mia Lecker mio Lecker mio Es ist richtig eklig Nein, nein! Ich brauche Munition nicht. Oh! Scheiße! Ich bin selber Schaden hinzufüge. Was ist das? Oh ne, jetzt gibt es dieser Boss. Nein, ist der Scheiße meiner? Ja, süße, ne, süße. Oh, wird es auch so stehen? Ja, Mann. What the fuck? Scheiße! Na komm, komm, komm! Kannst aber auch gerne stehen bleiben. Ich wurde eingeladen! Ja, leider kann ich gerade nicht. Mit dem habe ich in der letzten Nacht gezockt. Joa, ein paar Hunde. Das ist ein netter Kerl, der Junge. Ah. Ja. Ich habe es im Rücken einen Spaß. Bam! Runde 3. Und... Ich brauche keinen Schuss ablegen. Babra. Bra-bra-bra-bra. Und aber immer mit Ra- ich bin sogar oben heute das ist hier lang geschlissen boah ich hab's heute echt ohne Witz bist du scheiße boah so scheiße aufzuschießen ich boah ein Treff war nicht betont Pisspot Nein Nein Scheiße oh fuck nicht aufgeachtet ah drei Degen ich dachte hat nur ein Leben zwei falsch jetzt ich verstehe pro runde werden immer die die kommen wenn ihr mal zugefügt und sparsamer sein ob er headshots machen scheiße ich darf noch einmal sterben oder zweimal zwei leben zwei zwei sterben okay so wo ist der letzte wirst du mich so erschrecken what the fuck tempest ist erschienen ein ein mongolitz ich dachte es wäre schon vorbei ohne witz ein mal einmal feuer das heißt ich muss boah fünfmal ich kämpfe ein faszin ich möchte keine Fremdwehr machen oder so ein Fremdwehrbombesuche Hohohoho. Oh, Junge. Genau das mache ich gleich. Gute Idee. Da in die Ecke gehen. Boah, schießt ja viel. Komm rein, komm. Fuck ist das. Oh verdammt, ich brauch Muni, äh Leben. Ist der scheiße. Boah. Mal gucken, was der mehr gibt. Ja. Kann ich kurz gebrauchen. Wow. Ja, 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 nein. Scheiße. Boah, komm doch. Jawoll. Wuh. So macht das noch Spaß. Runde 4. Boah, ich denke mal extrem. Boah. Wenn das jetzt schon bar ist. Oh Gott. Scheiße, das gehen glaube ich alle auf, ne? Uh. Huh. Nein. Nein. Scheiße. Ich brauch erst noch Munition. Das ist A und O. So. Zapp, 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 zapp. Oh. Fell. Mehr, mehr, mehr. Oh Gott. Nein. Nein. Tu mir das bitte nicht an. Boah, ne. Genau. Die Kugel krieg ich. Mal eins. Oh. Mama mia. Die krieg ich auch. What the? Nein, 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 nein. Oh. Oh. Leck. Alter. Oh. Nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Hab ich noch ein Leben? 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 Komm, komm, komm. Jawohl. Jetzt kriegen die richtig... Verbarbar. Zwei. Oh. Haha. Ein. Okay. Oh, 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 oh. 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 Scheißgrün-Kugeln. Boah, ey. Ihr wisst gar nicht, wie ich gerade abgehe. Hab ich Munition? Oh, nur ein bisschen. Zeit muss ablaufen. Die ist abgelaufen. Geil. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Bis zum Boss. Hahaha. Instant, instant. Alter, Falter. Noch jemand hier? Nein. Ich dachte, es war vorbei. Das ist ein ekligen, grün, den roten, großen, dick. So, erst mal... Ja, nein. Obwohl er wird stehen, ne? Ja, da mache ich erst mal der Unsichtbarkeitstyp. Hätte am meisten... Ja. Ja, ja, ja. Und abhauen. Abhauen, 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 abhauen. Und? Ja. Ich will kein... Oh, ich bruche Muni. What the... Oh! Oh, mein... Mein Hals. Das ist er. Ja, babb. Entschuldigung. Oh, ich brachte da und so. Warte an so. Ja. War wichtig gerade. schade konnte ich leider aber leider nicht gegenseitig wehtun und so kommt leben gibt leben gibt ha ha so machen wir auch den jetzt sieht man so der befehl oder witz ja du kannst nicht stehen bleiben ne süß wow runter alter feiter kommt so kacke scheiße keine munizia mehr scheiße wie mag ich das jetzt ah da gibt mir munizia hab ich gehört 128 gibt mir so einer ok scheiße gib mir medipack medipack ich bin medipack scheiße ja jawoll geht doch jetzt kommt der letzte brauche auf der munition ja es gibt mir medipack los gehts ja 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 ich hab gesehen du bleibst stehen äh gehört ich bin medipack ich bin medipack aber auch die endgegner geschafft ich glaube es nicht okay jetzt das hauptziel immer hier aber lieber plasma oder soll diesmal machen schnellen kill weil diesmal wird schwerer schwere naja keine zwei leben wieder das trifft sich gut auf die plätze fertig ist der scheiße ja komm er hat da mitte wo ist das war mir war mir der suite erste von zweimal wie putzig sagt das wird nachladen und 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 nach land doch doch vor waren die dicken ich kann nicht gesehen wo er was macht scheiße beim fehler schweißer mein fehler hier ist jetzt so von mir der brache Gut, dass sie erst... es kommen... Ich hab dich getroffen, aber... Und BAM! Scheiße! Ist der Scheiße schnell! Wow! Ja, ja, ja! Nein! Wow, also... Ja, endlich geschafft! Das war sehr hart für mich. Insgesamt dreimal gestorben. Ja, ich entschuldige mich noch mal von meinem Vater. Sorry und so. Naja, ihr seht, 14, 18 zu 3. Keine gute KD, dann hat Spaß. Ja, hat Spaß gemacht und so. War heute das nächste Mal, ne? Ciao!